Die größte Spielkontroverse in diesem Jahr ist doch nicht Call of Duty, sondern CD Projekt Reds Cyberpunk 2077. Ein Spiel, das so übermäßig gehypt worden ist, kann die Erwartungen eigentlich gar nicht erfüllen, oder? Willkommen zum Retrotastisch Review zu Cyberpunk 2077. Wer Cyberpunk 2077 noch nicht gespielt hat, dies aber möchte oder noch dabei ist, seid gewarnt, es wird ein bisschen Spoiler hageln. Drum nicht böse sein oder einfach das Video später anschauen, allen anderen sei gesagt, viel Spaß. 2013 gab es den ersten Teaser, sieben Jahre später erschien Cyberpunk 2077 für alle Ganging-Plattformen wie PC, Sony oder Microsoft-Konsolen. Versprochen wurde eine intensive Cyberpunk-Welt und das Versprechen wurde auch gehalten. Basierend auf das Pen & Paper-Rollenspiel Cyberpunk 2020 entwickelte CD Projekt Red eine Fortsetzung. So tauchen wir in die Abgründe von Night City ab und erleben eine sehr persönliche Geschichte um den Held oder Heldin mit dem Namen V sowie Johnny Silverhand. Ab einen Monat im Bett gelegen und den Deckenlüfter angestarrt. Die Ausgangssituation ist seit den Trailern bekannt. Wir bekommen ein Chip mit der Persönlichkeit von Silverhand unfreiwillig verpasst. Nun liegt es an uns, den Chip loszuwerden, der uns langsam und allmählich aufrisst. Fuck! Derweil spinnt Johnny Silverhand noch in unserem Kopf rum und wir können mit ihm reden. Mein Auto! Spring rein! Nach ca. 20 Stunden ist das Abenteuer vorbei. Jedoch erwartet uns eine Menge Nebenaufgaben, die teilweise echt gut geschrieben sind. Mit den Schienenbeinen fange ich an. Tut richtig schön weh. Rollenspieltypisch gibt es Fähigkeiten, Skillpunkte und jede Menge Items. Ein Klassenystem gibt es nicht wirklich. Im Grunde hängt es von unserem Spielen ab. Auch legen wir unsere Herkunft fest. Ob Streetkit, Nomade oder Konzerner. Die drei Lebenswege starten alle sehr unterschiedlich, führen einen aber dann doch schnell zur Hauptstory. Im Grunde kann man dies als Tutorial sehen. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. So gesehen haben wir alle Freiheiten, ob mit Ballern oder Cybertechnik. Die Waffenbalance ist noch nicht optimal, aber was nicht ist, kann er noch werden. Die Freiheit wird in Night City großgeschrieben. Die Stadt sowie das Umland kann erkundet werden. Jedoch stellt sich hier schnell ein wenig Ernüchterung ein. Mehr als eine schicke Kulisse ist das Ganze hier nicht. Natürlich gibt es an vielen Ecken Nebenmissionen und es gibt so einiges zu bestaunen. Dennoch gibt es hier nichts, was man nicht schon von GTA kennt. Trotzdem ist das kein allzu großer Kritikpunkt, denn Night City erfüllt seinen Zweck sehr gut. Die Stadt zieht einen in sein Bann und möchte nicht mehr loslassen. Überall grelle Leuchtreklame, seltsame Gestalten und sogar sechseckige Muster auf der Fahrbahn. Denn wir wissen ja, Sechsecke sind die Zukunft. Doch manchmal wirkt die Stadt erschreckend leer, obwohl wir doch alle wissen, dass ausgerechnet Nachts das Leben in Cyberstätten pulsiert. Und warum zum Fick muss ich zweimal auf die Leertaste drücken, um das Spiel zu starten? Jedes Mal sehe ich das gleiche Video. Das reicht doch nur einmal! Gespielt wurde hier auf einem PC im Ultra-Widescreen. Trotz enormem Hardware-Hunger in so einer Auflösung lief das Spiel zu jeder Zeit sehr gut spielbar. Von ein paar Bugs abgesehen. Ich muss sagen, die Bugs hielten sich bei mir in Grenzen. Meist waren es nur Kleinigkeiten oder Amüsantes. Unverständlich eher Objekte, die in der Luft hingen oder Gebüsche, die total falsch platziert waren. Nervig waren allerdings die Bugs, die den Untertitel ständig eingeblendet haben, obwohl dieser ausgeschaltet war. Ich musste also wieder ins Menü, diesen ausschalten, bzw. einschalten, wieder ausschalten, damit der wieder wegging. Meist nach einem Laden eines Speicherstands. Und das ist leider der traurige Hauptgrund, warum das Spiel überall zu sehen und zu lesen ist. Besonders auf Playstation 4 und Xbox One ist das ein ziemlicher Schlag in die Fresse. Obwohl noch im November mitgeteilt worden ist, dass die Version für die alte Konsolengeneration erstaunlich gut liefe. War das vielleicht der Grund, warum man diese Version nicht vor Release testen durfte? Dann noch die Sache mit den Arbeitsbedingungen bei CD Projekt Red und die Frage, warum wurde das Spiel nicht noch weiter verschoben. Man muss sich nur die Credits ansehen, um zu verstehen, wie viel dahinter hängt. Verschiebungen kosten Geld, also lieber ein verpacktes Spiel auf den Markt bringen, als noch mehr Geld zu verlieren. Und da gerade Geld, die Kosten sind bereits wieder drin. Der Aktienkurs ist jedoch weit davon entfernt, das Niveau vom Vorrelease zu erreichen. Nun folgen Klagewellen, Erstattungen, eine Verbannung aus dem Sony Store und wer weiß, was noch kommt. Blicken wir jedoch nur auf das Spiel? Nein, ein Meisterwerk ist es nicht geworden. Jedoch ein verdammt gutes Spiel mit einer spannenden Story, wunderschöner Grafik und toller Soundkulisse. Okay, die Sprachabmischung ist nicht so der Bringer. Das ist leider verkackt worden. Entschädigt wird man aber mit einer hervorragenden Synchro, die nur extrem selten, seltsam wird. Seine Freunde müssen das hören. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Kennst doch das Spielchen. Wenn du zu lange in den Abgrund starrst, starrt der Abgrund auch in dich hinein. Kleiner Tipp, Gesandt-Lautstärke runter, Sprach-Lautstärke laut. Bleibt abschließend nur noch einiges zu sagen. Schade, dass man hier einige Fehlentscheidungen getroffen hat, wie zum Beispiel den alten Konsolen nicht mehr so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Ebenso, dass man das Spiel nicht noch weiter verschoben hat, ob man nun wollte oder konnte oder durfte. Allen, die unsicher sind, sollten daher lieber auf die Game of the Year Edition warten. Bekommt dann aber sicherlich ein sehr, sehr gut abgestimmtes Paket. Ich werde die Stadt sicherlich noch einige Male besuchen, da es noch offene Nebenaufgaben gibt. Ebenso freue ich mich auf einige Story-DLCs, die ja auch kommen sollen. Also grob gesagt, ein geiles Spiel mit einigen Macken. Warten wir es mal ab, wie es weitergeht. So, das war unser Beitrag zu Cyberpunk 2077. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen da an. Abo ist natürlich auch immer sehr gerne gesehen und die Glocke nicht vergessen, weil auch wir veröffentlichen regelmäßig immer wieder mal ein paar Videos. Drum sagt euch gesagt, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020